Und das ist Adam. I komm herein ins Paradies, geschlichen in einer Schlangenweiß. Gut holt der Schaffer zwei Personen und holt's geziert so wunderschon und holt's gesetzet in sein Haus. Aber i will schon, wie er's kann bringe raus. Drum komm i in das Paradies. I riecht's das Esser von der Speis. Warum von den anderen Frichten ein? Dörfens Esser nach ihren Wohlgefallen, nur von diesem Barm allein soll die Frucht verbotten sein?